Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Infinity. Ich meine zur 21. Folge... Es tut mir leid, dass vorgestern kein Video kam. Ich hatte einfach keine Zeit mehr, dass... Ja, ich konnte einfach kurz machen. Also, das war... ja. Ähm... Ähm... Genau, ich wollte... Wir wollten jetzt Quantum... Ähm... Das hier wollte ich machen. Die ist einfach bestsehlich, aber aus den anderen kann man so weit was nichts mehr machen. Okay, daraus ist das. Das hat aber eine schlechte Repetition als das und wir brauchen ganz klar. Also, naja. Und der ist einfach noch... Ähm... Damit kann man halt fliegen, was ich nicht mehr brauche. Ich weiß nicht, wie schnell, keine Ahnung. Ähm... Und man hat, glaube ich, so einen Gravitationseffekt, wenn man den anstellt. Ähm... Weiß-Testing Gravichestplate... Gravichest... Gravichest... Da können wir aber gleich nochmal ein paar andere Sachen von dem Mod angucken. So... 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 Oh... Oh... Was fehlt denn da? Da fehlt bestimmt irgendeine... Dummheitszutat... Fuck... Fuck... Äh... Oh... Wie das? Ach... Warum hat der jetzt eigentlich nicht weitergemacht? Na ja... Naja... Ähm... So... Advanced... Eh... Batterie... Ähm... So lange... Bis da irgendwie... Was kommt... Richtig krass... Ich habe irgendwie immer das Bedürfnis, entdeckt von den Themenverteilen zu machen. 12... Ähm... So... Haben wir das Teil in der Mitte schonmal fertig? Die mache ich zum Schluss. Glas-Fiber-Kälbe brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Och... Alter... Ist das Kacke! Haben wir da nicht noch was eingeschmolzen? Ach... Das Falsche... Äh... Jetzt hin glaube ich, ne? Ja... So... Wow... 2... also was ist echt ätzend also industrial kauf da was gekauft und das ist das ist mit 36 von dem müll dann machen wir jetzt 36 von dem müll es ist einfach so verzögert alter lektes so 12 nein mein kopf ist jetzt nicht leer 123 so wenn wenn ich jetzt nicht genau was ich noch erzählt habe in der vorletzten folge habe ich auch noch die herzen gemacht wo die folge hat mir entfallend ist ja ja wie haben wir ihnen doch toll ist so eine gravi tool das wollte ich mir auch machen einfach weil man es kann da hat man ein tweet web vorsichtig brauchen und mensch gleichzeitig geil das mache ich wandern dass ich jetzt erstmal nach hause aber ich will das nicht machen das ist verletzten ich wollte noch irgendwas anderes machen ich hätte noch irgendwas anderes vor vor wenn das ist so lange dauert ne hallo ach ja genau wo die folge entfallen ist gleich mal gott ich hätte noch irgendwas anderes vor außer das teil zu bauen ja genau ich wollte die ganze kacke da verlegen dafür bräuchte das letzte ich kann nicht mal da jetzt dann glas 35 und so viel du kommst mit 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 ihr muss das kaputt gegangen worden richtig hoffe ich mittelform und meister weiter leck für eine ohrwaschen maschinen flüge also ich glaube ein flügt um soll maschinen ist gut aber das ist nicht ganz so wichtig und ich hätte noch gerne das hätte ich vorher machen soll aber das ist ja da fehlt mir etwas das mache ich halt dann im nachhinein weil ich wollte gerne an diesen stromkreis weil das ja an diesen stromkreis ist ja halt der eu strom angeschlossen und ja da wollte ich halt dann ist links auch dran anschließen also die ganzen eu strommaschinen jetzt seht ihr hier hinter den kulissen so bisschen freimachen und sowas mache ich halt meistens auf screen da irgendwie sowas woanders hin verlegen und so weiter und so fort so die grafische es bleibt bauen wir dann waren das sie ist mir jetzt hoch ich glaube damit kann auch die dinger bauen das ist ganz geile machen nicht immer eine schaufel oder so wie die maschinen jetzt schon abkarten gerade mal paar sekunden vom netz so fein mit glasfaser kabel die klasse kabel kann man aber leider nicht so schön verstecken so meister weiter kompressor elektrik fühlen ich glaube den elektrik finnis habe ich noch nie benutzt messe weiter messe weiter führen es kompressor haben wir hier noch metalformer waschmaschine und wenigstens so und jetzt kann man auch ordentlich mal wieder ordentlich upgrade rein rein liegen ohne dass sie gleich rumschlottern weil wenn ich jetzt naja kann ich jetzt schlecht demonstrieren aber hier könnte ich jetzt hier overclock rein legen und es funktioniert da wir ihn über produktion haben nämlich einfach mal erstmal von jedem ein raus gucke oder zwei eigentlich zwei oder ein was sagt er hallo ich sehen ich nehme einfach aus den zwei rosen jetzt packt es schon wieder eine gibt es doch nicht ich hasse sowas entweder läuft der gerade richtig krass durch die welt oder so oder hat eine neue welt erstellt ich glaube das server schmiert ab ich selber spielt bestimmt ob ganzes inventabak drum dann man so was ist richtig ätzend ne das ist ja jetzt nicht so das einzige mal ist so ein bisschen rum bockt ja es liegt noch ich hatte den nicht in der hand schon jetzt geht es wieder ok dann müssen wir gucken ob da mehr koppelstonen reinkommen das ist ok hier ist das ding voll und dann halt wenn es dann langsamer wird entweder stehe ich dann halt noch ein paar her oder jetzt kann ich dann auch lapis dass der schneller machen jetzt hier vorne aus reicht ich glaube das reicht aber ich glaube ich glaube die können maximal bis 10 dann kann die europa die kasse das hat mir so viel zeit gespart oder auch wenn ich hier ok das geht dann so flott das die maschinen da hinten dann ja komm jetzt schon wiederum der dreckser war hier ich weiß jetzt nicht ob das an ihm liegt oder ob das jetzt gerade irgendwie hatte ich gerade nicht ob es jetzt an ihm liegt oder ob es jetzt wirklich nur server ist oder ob es jetzt an mir liegt kann auch sein dass ich jetzt hier rumlärge wie so ein spaß aber naja wir haben jetzt 15 minuten wir haben das schon umgelegt gemessen folge fangen wir dann an diese nein von nicht gravi test place zu machen ja ja es geht sogar noch ne halt dann brauchen wir das alles hier doppelt dann brauchen wir hier von paar da ein bisschen was von und dann passt das eigentlich schon ach ja und hier muss ich dann auch noch ein crafting terminal hinbauen von smi system aber das ist ja eigentlich gar nicht so schwer denn ich habe hier eh schon irgendwo eine leitung da das war ja so wie es überhaupt stimmt ich wollte ja nicht so viel im glasfaser mekabel nehmen da habe ich das item dax verbunden und ja wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder und ja macht's gut und ciao